Konnichiwa Minasan! Wir befinden uns im Jahr 1868 und da ist eine ganze Menge interessiert, vor allem auch sehr interessante Sachen, das wollen wir uns heute ein wenig genauer anschauen. Im letzten Video dieser Geschichtsreihe haben wir ja gesehen, wie die Tokugawa, also die frühere Regierung der Edo-Zeit, zu Fall gebracht worden ist und dass eben jetzt Kräfte, die den Kaiser wieder an der Macht haben wollten, dann das ganze Spiel am Ende gewonnen haben. Was war das Ziel dieser Kräfte? Sie wollten natürlich zum einen den Kaiser wieder an die Macht hieven, aber es waren natürlich auch noch die Ausländer im Land und deswegen waren die Ziele der sogenannten Meiji-Restauration vor allem Japan als unabhängigen Staat zu bewahren, dass man also nicht von den Ausländern irgendwie übernommen wird und dann natürlich auch die ungleichen Verträge, die in den Vorjahren geschlossen worden sind, die wieder rückgängig zu machen, also auf Augenhöhe mit dem Westen zu sein. Das waren so die Ziele, die man über die Meiji-Restauration erreichen wollte. Die Samurai, die die Revolution vorangetrieben haben, kamen ja vor allem aus den Fürstentümern Choshu, Satsuma und Tossa dann eben auch und aus diesen drei Fürstentümern haben sich dann auch junge Leute, so um die 30 waren die, hervorgetan, die dann darüber diskutiert haben, okay, wie machen wir das jetzt mit der Regierung? Denn der Kaiser sollte zwar an die Macht gesetzt werden, aber es gab auch innerhalb der Leute, die dann so ein bisschen an der Macht waren zu der Zeit, Leute, die gesagt haben, ja, das mit dem Kaiser, das haben wir zwar gesagt, das wollen wir machen, aber wir wollen eigentlich eine föderalistische Regierung haben, das heißt, die Fürsten von den Fürstentümern, die bestanden ja zur Edo-Zeit, die sollen man irgendwie zusammenbringen, die sollen dann eine Regierung bilden, so eine Art Parlament und sowas, solche Gedanken kamen dann auch schon auf und das hat aber den Radikalerinnen nicht gefallen, denn die haben gesagt, ja, Moment mal, wir wollen den Kaiser, wir wollen einen zentralistischen Staat haben, an dem der Kaiser an der Spitze ist und in dem der Kaiser dann eben alles entscheidet. Diesen Zentralismus, den man da haben wollte, der bestand aber noch nicht zu der Zeit, sondern über den hat man nur diskutiert. Wie sah die Regierung zu der Zeit aus? Es war ein Bündnis aus den herrschenden Fürstentümern und Hofadeligen, also die haben dann irgendwie so provisorisch regiert, während man darüber diskutiert hat, wie man denn jetzt weitermacht. Der Beigeordnete Yurikimimasa hat dann ein Grundsatzpapier entwickelt mit fünf Punkten und die möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Der erste Punkt war Berücksichtigung des Volkwillens, der zweite Einheit von Elite und Volk, dritte weltweite Suche nach Wissen als Grundlage des Kaisertums, viertens Befristung der Amtszeiten für aus den Fürstentümern entsandte kaiserliche Räte und fünftens Entscheidungen über alle Angelegenheiten auf der Grundlage öffentlicher statt privater Diskussionen. Er gehörte jetzt natürlich ein bisschen zu den Leuten, die so eine Art Föderalismus haben wollten, deswegen sieht man hier auch schon so erste demokratische Ansätze dann natürlich, eine öffentliche Diskussion von Fürsten, die sollen dann darüber entscheiden, wie es weitergeht. Da steckt auch die Idee des Parlaments dann so ein bisschen drin und er hat dieses Grundsatzpapier eben dann vorgelegt, aber man konnte sich nicht darauf einigen, weil den radikaleren Kräften das natürlich so nicht gefallen hat. Da war denen zu wenig drin, der Kaiser ist an der Spitze und so, das wollten die eben mehr haben. Das wurde dann ein bisschen weiterentwickelt und es gab dann noch andere Beigeordnete, die da eben zum Regierungskreis gehörten, die das ein bisschen verfeinert haben, die dann gesagt haben, wir brauchen eine Konferenz von Fürsten, also die auch einen Föderalismus haben wollten, aber zu dieser Zeit, in der wir uns befinden, also Ende des 19. Jahrhunderts, da war dieser Föderalismus nicht mehr ganz so modern, weil man hat in Deutschland zum Beispiel gesehen, ah, das funktioniert da gerade nicht so gut und hat sich dann eher an Frankreich orientiert und zu der Zeit war Napoleon der Dritte an der Macht und das war auch ein zentralistischer Staat zu dem Zeitpunkt Frankreich und da haben die Japaner dann gesagt, okay, wir müssen uns vielleicht doch ein bisschen eher an Frankreich orientieren, bei denen scheint gerade gut zu laufen und deswegen war der Zentralismus zu der Zeit in Japan ein wenig moderner oder es wurde halt als besser betrachtet zu dieser Zeit. Man war also auf der Suche nach einem Konsens, zu dem alle Parteien zustimmen konnte, damit man die Regierung in Japan regeln konnte. Und da gibt es dann den sogenannten Kaiserlichen Eid, der aus fünf Artikeln besteht und ihr merkt wahrscheinlich schon, okay, fünf Artikel, da hatten wir ja eben auch fünf Artikel in diesem Grundsatzpapier und das ist es eben auch, das wurde immer weiterentwickelt dann, bis man eine Version gefunden hat, mit der alle zufrieden waren. Und dieser fünf Artikel Eid, der wurde dann am 6. April 1868 vom Kaiser auch so verkündigt und damit wollte man dann eben regieren. Den möchte ich euch, also die finale Version, möchte ich euch auch nochmal vorlesen. Da haben wir in Artikel 1, wir wollen eine Konferenz aus nah und fern einberufen und alle politisch bedeutsamen Angelegenheiten in öffentlicher Erörterung beschließen. Zweitens, Obrigkeit und Untertanen sollen einmütig sein und die Staatsgeschäfte für alle gedeihlich führen. Drittens, es ist nötig, vom Hof und Kriegeradel bis hin zum gemeinen Volk, alle gleichermaßen ihre Lebensziele verfolgen zu lassen, die allgemeine Zufriedenheit zu steigern und sie nicht verzagen zu lassen. Viertens, die althergebrachten engen Gebräuche wollen wir zerstören und uns stattdessen auf den offenbaren Weg von Himmel und Erde stützen. Fünftens, wir wollen Wissen in der Welt suchen und damit die Grundlage des Kaisertums beträchtlich stärken. Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht habt, ist das Ganze relativ interpretierungsfähig. Und genau weil es eben so viele Interpretationen dann zu diesen fünf Artikeln gab und da gab es auch verschiedene Intellektuelle, die dann da gesagt haben, ja, das muss so interpretiert werden, die anderen haben gesagt, das muss so interpretiert werden, hat man sich eben darauf einigen können, weil jeder hat das aus diesen fünf Artikeln rausgelesen, was er gerne haben wollte. Aber die Grundidee war, von den radikaleren Kräften eben, mit diesen fünf Artikeln die so auszulegen, dass der Kaiser also wieder an die Macht gesetzt wird. Das hat dann nicht immer ganz so geklappt, denn ein paar Jahre später, so in den 1880ern dann zum Beispiel, ist aus dieser Konferenz, die wir im ersten Artikel haben, dann eben die Idee des Parlaments zum Beispiel abgeleitet worden und so, da werden wir dann auch noch zu kommen. Also es hat nicht immer ganz so geklappt, wie die sich das ursprünglich eigentlich vorgestellt hatten, aber diese fünf Artikel wurden dann erstmal vom Kaiser verkündet und der Kaiser wurde dann auch mit der Idee eines zentralistischen Staates ganz oben als Staatsoberhaupt erstmal hingesetzt. Das wurde dann am 6. April, wie eben schon gesagt, besiegelt. In einer feierlichen shintoistischen Zeremonie hat der Kaiser diese fünf Artikel verlesen und damit war das erstmal so grundgesetzt und es war klar, wir wollen dann eben so regieren. Am 17. Juni hat man dann zudem noch eine Verfassung beschlossen mit folgendem Grundsatz und zwar die Gewalt im Reiche fällt gänzlich an die kaiserliche Kanzlei zurück. Also da war jetzt ganz klar dann drin geschrieben, ne, Kaiser hat die Macht, der macht alles, wenn man sich aber mal wirklich anguckt, wie wurde denn regiert zu dieser Zeit dann? Der Kaiser hatte eigentlich gar nicht so viel zu sagen, was vor allem auch daran lag, weil er noch sehr jung war, es war ein sehr junger Kaiser, der noch nicht mal volljährig war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Leute, die eigentlich unter dem Kaiser waren, seine Berater und die Beamten und so, die da ganz oben direkt unter dem Kaiser standen, die haben in Wirklichkeit eigentlich regiert und die haben dann auch die Fäden gezogen. Das heißt, der Kaiser war theoretisch zwar an der Macht, aber er war wieder wie vorher auch eigentlich nur so eine Marionette der Leute, die dann die wirkliche Macht im Staat auch ausgeübt haben. Also so wirkliche Macht hatte der Kaiser da eigentlich nicht. Was man aber vor allem damit meinte, dass die Macht wieder beim Kaiser liegt, ist, dass man Legislative, Exekutive und Judikative eben wieder in eine Hand legt, in die Hand des Kaisers beziehungsweise seiner Männer. Am 3. September 1868 hat man dann Edo zu Tokio umbenannt und Tokio heißt auf Japanisch eigentlich östliche Hauptstadt. Das hat man gemacht, weil eben die Tokugawa, also die Regierung, bevor diese ganze Revolution stattfand, weil die in Tokio eben gesessen haben oder früher hat man es eben Edo genannt und die Anhänger von denen waren in Edo natürlich auch noch vorhanden. Und da wusste man dann nicht so ganz, ah okay, wenn wir jetzt hier in Kyoto bleiben, was ist da mit den Leuten in Tokio, kommen die da klar, werden die uns vielleicht gefährlich und deswegen hat man denen den Gefallen getan und gesagt, okay, der Kaiser zieht um nach Tokio, was er dann auch gemacht hat im darauffolgenden Jahr und man hat die Bürger da versucht mit so ein bisschen Alkohol zu besänftigen, hat ein Riesenfest geschmissen, hat denen Alkohol gegeben und dadurch eben das Bündnis zwischen der neuen Regierung und dann den Leuten, die in Edo wohnen, dem Volk, hat man damit dann auch geschlossen. Am 23. Oktober 1868, dann hat man auch das Meiji-Zeitalter ausgerufen, hat also gesagt, okay, ab jetzt, ab diesem Jahr schreiben wir nun das Meiji-Zeitalter und hat sich darauf festgelegt, dass das Zeitalter pro Kaiser immer gewechselt wird. Also wenn ein Kaiser stirbt, dann beginnt ein neues Zeitalter. Das hat man zu dieser Zeit auch festgelegt, ist also noch gar nicht so lange her. Ich meine, kann man ja auch sehen, zur Edo-Zeit, das ist ja eine relativ lange Periode gewesen, von ungefähr 200 Jahren, ein bisschen mehr noch und während dieser Zeit sind Kaiser natürlich gestorben, die Kaiser haben gewechselt, aber ab der Meiji-Zeit hat man sich dann darauf geeinigt, dass pro Kaiser es eine Zeit gibt oder ein Zeitalter. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen, denn letztes Jahr hat der Kaiser ja gewechselt und deswegen ist jetzt das Reiwa-ni, sagt man, Reiwa-ni-nen, also zweites Jahr von Reiwa, sozusagen, da zählen die Japaner mit dieser Zählweise auch immer noch. Das hat man dann also festgelegt. Das ist auch alles, was wir im heutigen Video besprechen wollen. Also das Jahr 1868 war ein sehr entscheidendes und bedeutendes Jahr für Japan. Die Revolution war dann vorbei, das Tokugawa Bakuhu war gestürzt, hatte keine Macht mehr in Japan und man hat den Kaiser also wieder an die Spitze gesetzt, war also jetzt bereit, Japan zu reformieren und sich auf den technologischen Stand des Westens zu begeben und da werden wir dann beim nächsten Mal auch weitermachen, wie genau diese Reformation in Japan denn dann aussah und wer vielleicht auch so ein bisschen dran glauben musste, wer Privilegien verloren hat und wie das Ganze eben aussah, das werden wir uns dann jetzt in den nächsten Videos ganz genau anschauen und dann natürlich auch, wie es zu den Weltkriegen gekommen ist, wie imperialistisch Japan war, welche Kriege geführt worden sind und alles. Sehr, sehr interessant. Werden wir alles machen. Vielen Dank fürs Zusehen erstmal bis hierhin. Ich hoffe, das heutige Video war auch für euch interessant. Jetzt wisst ihr dann vielleicht auch, wann Edo nach Tokio umbenannt worden ist. Weiß vielleicht auch nicht jeder. Und schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr meine Arbeit hier unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel durch eine direkte Spende tun. Es gibt eine Menge an Online-Kursen, falls ihr Japanisch lernen wollt. Schaut da auch gerne vorbei. Außerdem mein Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr mich natürlich auch unterstützen. Und ansonsten könnt ihr auch Mitglied auf diesem Kanal werden. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!